so hallo meine liebe freunde hier auf youtube schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei dem torg mitgebracht habe ich heute ein ganz brandaktuelles point and click adventure mit dem namen dexter stardust adventures in outer space ist heute rausgekommen und ja schauen wir mal was da so passiert also click here to start neues spiel und ich muss zuvor sagen dieses spiel ist nur auf nicht und wir nehmen mal die bonus episode 0 normalerweise fängt man eigentlich mit episode 1 an aber komm immer 0 schon mal ein schönes intro gefällt mir gut musik geht auch gut ab also was für mehr außer dass es auf deutsch sein soll ok dexter stardust in episode 0 delivery on venus space i love this song how will anyone not like the light years how can anyone not like taco shack haha actually i've heard there are people that don't like tacos come on aurora that's crazy no no it's true i was listening to this interview and oh man it's uncle jetto when asked what did you have for us today i want a person on heines that ordered a shipment of dashboard hula girls so i want you guys to head over there soon as possible dina say that's the one with all the water on it right any details looks like they live in a pretty inaccessible place overlooking a cliff uh can we just do an airdrop no they paid extra for front door delivery should not be too hard i guess perfecto just let me know when you're done i'm working on something being on gonna meet i'll let you know what i have more details sounds good uncle jetto we'll talk soon jetto out sagt er okay let's hear the decks you think they'll have a taco shack there we can only hope cool ne klasse ja ok venus willkommen sounds like a pretty straightforward delivery aren't they all they should be but somebody always seems to complicate things i feel like that was directed at me let me check something out looks like we're making the delivery up there i think we can just i've got the merchandise let's go dexter wait there's a path over here oh my oh space not already i think i just complicated things yeah i can see that i can't climb back up can you give me a hand not with all this mud here oh come on aurora here's what we're gonna do i'm gonna take this path over here and i'll meet you up at the house what about me how am i gonna get all the way up there well you'll just have to take the long way around the long way next i know you really well you'll figure something out see you soon see you soon aurora well let's figure this out okay juja ravine wall clay schild mit namen to forest steine genau decken aber die steine ein hier ist hier ravine wall da kommen wir glaube ich nicht hoch mal gucken nee it's too muddy it's too muddy okay dann hier to forest sunlight immerhin mal rein ins gebäude so mal anschauen eine plaster vorrichtung machen wir die steine mal da rein okay nehmen jawoll funktioniert new item so hier ein 3d drucker den gucken wir zum an und da hinten ist ein switch okay fehlt ein griff das ist schon mal ganz cool hier ist sunlight können wir eigentlich die steine okay okay wir probieren mal den blaster die sonne zu legen jawoll und holy space nachos it worked holy space nachos die limb new item gut super und hier geht's to pond was auf pond ist octopus arm da gehen wir besser nicht lang was haben wir hier noch schönes reeds nehmen wir mit ich denke ich kann einen weg genau und logisch denken diesen bambusstab den stecken wir jetzt da in diese vorrichtung rein wo der hebel fehlt ne wie geht das jetzt zack hier wir müssen erst hier draufklicken dann read to switch yo baby yo und benutzen insert mold na klar haben wir doch hier so jetzt strengen uns wieder an Da ist so ein Oktopusarm und wir haben eine Waffe. Kombiniere. Genau. Blaster auf Oktopusarm. Oh yes. It worked, jawohl. Und Errungenschaft freigeschaltet. Jawohl. Sepp, ich liebe es, Errungenschaften zu bekommen auf Steam. Es ist einfach klasse. So, hier haben wir noch ein Board. Das nehmen wir mit. Wie in jedem guten Point-and-Click-Adventure, einfach alles mitnehmen, was man kriegen kann. Und da ist noch ein Board. Nehmen wir auch. New Item. So, zack. Board. Mit Empty Space. Gehen wir da hin. Hey, das klappt ja wunderbar. Na? Na, na. Ich denke, ich habe die Idee. Ha, super. Und ab geht's. Hallo, liebe Zuschauer. Hier bei dem Talk. To House. Okay. Gehen wir zum House. Und da ist-a. Die Aurora. Sprechen. Not bad, but I had to solve all these stupid puzzles. Ja, genau, normal. Was auch immer das letzte gerade gesehen hat. Delivery. Oink, oink. What's wrong with him? Well, it's, um, complicated. No, super. Miss, I have confirmation of Dexter's Stardust. Excellent. Have you secured his location? I will place an order which will bring him here. He will come unaware of our intentions. Then I will send my envoy to meet you. Your envoy, miss? Yes, I expect him to arrive sometime after Dexter. How will I recognize your envoy, miss? Is he like you? No, he is a robot. A robot from... He is from my home. He is from my home. He is from my home. From Planet X. Er hungernschaft, freigeschaltet, Episode 0, Hero. Oh yeah. Oh yeah. Das war cool. Ja, ja, ja. Das war cool. So, okay. Applaus, Applaus. Torque hat Episode 0 beendet. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Lasst doch mal einen Kommentar da oder einen Daumen hoch. Kostet euch nichts. Nur ein bisschen Zeit. Und ja, abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt, oh yes, der Torque spielt ein Computerspiel. Also, macht's gut, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.